Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für alle, die gerade neu auf meinem Kanal sind, hallo, mein Name ist Vanessa. Ich habe vor einem Monat meine Bachelorarbeit abgegeben. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften und habe mich in dem Modul Unternehmensführung quasi für die Bachelorarbeit entschieden. Und ich dachte mir, es wäre eigentlich ganz sinnvoll. Ich habe euch auf YouTube, auf Instagram und in meinem Podcast mitgenommen und ihr habt den ganzen Prozess mitbekommen. Und ich dachte mir, es wäre eigentlich total cool, so eine kleine Bachelorarbeitsreihe zu machen und euch wirklich hilfreiche Tipps zu geben, wie ihr gut durch den Schreibprozess kommt, wie ihr motiviert bleibt, Tipps für das Schreiben, generelle Tipps für die Bachelorarbeit. Einfach Tools, die euch so ein bisschen alles vereinfachen und euch vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen, weil ich weiß, dass das auch total überwältigend sein kann, so eine riesige Bachelorarbeit zu schreiben. Ich werde euch in der Reihe von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Also ich kann euch nur das weitergeben, was ich auch selbst weiß und selbst angewendet habe. Die Videoreihe streckt sich über fünf Videos. Falls ihr noch einen weiteren Wunsch habt oder eine weitere Idee habt, dann teilt sie mir gerne mit. Ich habe jetzt mich einfach für diese Videos entschieden, die mir selbst am sinnvollsten vorgekommen sind. Aber falls ihr noch weitere Ideen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. In dem Video werde ich euch so über die First Steps der Bachelorarbeit berichten. Ich werde auch versuchen, dass ich euch solche Timestamps unten hinmache. Dann könnt ihr auch herumspringen. Dann werde ich euch auch in einem Video erzählen, wie ihr ein geeignetes Thema für euch finden könnt und wie ihr eine gute Forschungsfrage formuliert. Bei dem zweiten Thema geht es um das allgemeine Vorgehen der Bachelorarbeit, wie man eine Gliederung erstellt. Und ich werde euch so ein paar Tipps für den Zeitplan geben, weil ein guter Zeitplan, das ist wirklich echt eine große Hilfe. Im dritten Video geht es um allgemeine Tipps für das Schreiben. Also da werde ich euch auch Tools zeigen. Generell, da geht es auch so ein bisschen um Literaturrecherche. Im vierten Video geht es um Motivation. Falls ihr mal keine Motivation mehr habt, ist das dann so ein richtiger Motivationsbooster. Und das fünfte Video nennt sich der SOS-Plan Bachelorarbeit in kurzer Zeit schreiben, weil für alle, die mich auf Social Media verfolgen, die wissen, ich habe meine Bachelorarbeit in wirklich, ich glaube, drei Wochen geschrieben. Und ich war richtig verzweifelt. Also ich hatte so Angst, dass ich es nicht schaffe. Und ich habe es geschafft. Also ich bin sogar früher fertig geworden. Und da sind mir natürlich einige Tipps gekommen, wie man wirklich eine Bachelorarbeit in kurzer Zeit schreiben kann und auch noch gut schreiben kann. Also das ist jetzt nicht so einfach schnell, schnell geschrieben, sondern wirklich so ein paar Steps, die es euch erleichtern werden. Ich würde sagen, ich fange gar nicht, also ich rede gar nicht lang drum herum, sondern ich starte direkt in das Thema rein. Wie schon bereits erwähnt, geht es in dem heutigen Video um die First Steps der Bachelorarbeit. Also was macht man überhaupt, wenn man jetzt dann die Bachelorarbeit schreiben muss? Und das ist auch von Studiengang zu Studiengang unterschiedlich und auch von Ort zu Ort unterschiedlich. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich ein Seminar belegen musste. Also ich musste mich einfach ganz normal wie bei einer Vorlesung anmelden bei dem Seminar und habe das dann quasi so belegt, habe dann auch einen Kurs gemacht. Es ist aber auch total oft so, was ich so mitbekommen habe, dass man wirklich Professoren schreiben muss, ob man bei denen die Bachelorarbeit schreiben kann. Also dass man da Selbstinitiative ergreifen muss und sich wirklich so umschauen muss, wo kann ich die Bachelorarbeit schreiben, wer könnte so mein Betreuer sein. Ich würde euch da einfach raten, dass ihr euch früh genug informiert. Das heißt, ihr fragt Studenten, die schon ein bisschen höher sind im Semester oder ihr schaut auf StudyDrive nach und fragt da. Da gibt es bestimmt auch auf der Uni-Seite irgendwie Informationsseiten, wo man sich informieren kann. Und dass ihr dann auch zeitig euren Betreuer oder eurer Betreuerin schreibt, damit ihr da einfach safe seid. Oder wenn es so ist wie bei mir, dann ist es ja quasi kein Stress. Step 2 ist es, das Thema. Einige bekommen ein Thema zugewiesen, andere müssen das Thema selbst wählen. Und das ist eben auch von Studiengang zu Studiengang unterschiedlich. Bei mir war es so, dass ich so ein Überthema bekommen habe. Ich konnte aus so einem Themenpool zu dem Thema Unternehmensführung meine vier präferierten Themen auswählen und habe dann aus diesen vier Themen ein Thema zugewiesen bekommen. Das ist aber so ein Überthema gewesen. Und das war New Work bei mir. Das heißt, ich hatte nur ein Überthema. Ich wusste, okay, meine Forschungsfrage muss irgendwas mit dem Thema zu tun haben. Und ich könnte aber in jede Richtung gehen, in die ich gehen wollte quasi. Bevor wir zur Forschungsfrage gehen, wollte ich ganz kurz noch was dazu erwähnen, wie man ein geeignetes Thema für sich finden kann. Also meistens schreibt man ja die Bachelorarbeit in einem Modul. Also man hat ja quasi schon, bei mir war es jetzt Unternehmensführung. Das heißt, ich hatte so den Rahmen Unternehmensführung. Ich konnte jetzt nicht irgendwie was anderes schreiben. Falls ihr aber frei seid in eurer Themenwahl oder auch nur so ein Überthema habt, dann kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, dass ihr ein Thema hernehmt, das euch wirklich interessiert. Ich zum Beispiel war so zufrieden mit meinem Thema und das hat mir wirklich so vieles erleichtert. Deswegen muss man sich bei der Themenfindung etwas Gedanken machen und auch so gut überlegen, was interessiert mich wirklich. Und da kann ich euch echt empfehlen, dass ihr nochmal so ein bisschen Revue passieren lasst. In eurer Studienzeit oder auch generell, dass ihr ein Thema nehmt, wo ihr einfach so ein bisschen die Zeit vergesst und was so wirklich, wo ihr so richtig im Flow drinnen seid. Und dass ihr euch so unabhängig von der Uni durchlesen könntet oder wo ihr euch, keine Ahnung, Videos anschaut. Dann würde ich euch empfehlen, dass ihr ein Blatt Papier nehmt und da mal wirklich brainstormt. Das heißt, ihr schreibt einfach random Themen auf. Einfach so kreuz und quer und dann schaut ihr auf das Blatt und dann schaut ihr so die einzelnen Themen an und dann überlegt ihr euch, was könnte interessant sein für eine Forschung. Und dann präferiert ihr vielleicht das Ganze, macht so eins, zwei, drei. Und dann würde ich euch empfehlen, dass ihr in die Literaturrecherche geht. Das heißt aber nur ganz grob ein bisschen drüber schaut, was gibt es alles für Literatur zu dem Thema. Gibt es genug Literatur? Ist das Thema relevant? Relevanz ist natürlich auch wichtig bei einer Forschung. Ist es irgendwie relevant für die Forschung? Gibt es aber auch irgendwie Forschungslücken? Da kommen wir gleich nochmal dazu. Gibt es aktuelle Quellen? Natürlich, wenn man jetzt ein geschichtliches Thema nimmt, dann ist das vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Aber im Allgemeinen ist es schon wichtig, dass es aktuelle Quellen gibt. Recherchiert da mal so ein bisschen. Was ihr euch im gleichen Atemzug ein bisschen überlegen könnt, ist es, welche Art von Arbeit ihr machen wollt. Es gibt nach meinem Wissen, glaube ich, drei verschiedene. Es kann aber auch sein, dass es noch Forschung gibt. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube aber schon. So in Chemie und so. Das eine ist quantitative Arbeit. Bei der quantitativen Arbeit macht man einen Fragebogen zum Beispiel. Also ich habe das zum Beispiel gemacht. Da befragt ihr ganz viele Menschen und das ist eher so ein bisschen, also ihr schickt einfach einen Fragebogen raus und dann füllen ihn die Leute aus. Dann gibt es aber auch noch die qualitative Arbeit. Da macht man Interviews zum Beispiel. Also man wählt wirklich so zehn Personen bis 15 oder so 20 Personen aus. Macht dann ein Interview. Also man sitzt dann quasi wirklich eins zu eins mit der Person und redet dann darüber. Das ist dann auch nochmal so ein bisschen persönlicher. Und man muss sich einfach so ein bisschen überlegen, was macht für meine Arbeit Sinn und was wäre interessant zu erforschen. Und die dritte Variante ist eine konzeptionelle Variante. Das heißt, ihr macht quasi so einen Literaturüberblick über das Thema. Ihr fasst so die wichtigste Literatur zusammen. So kann man das auch nennen. Das heißt, ihr braucht wirklich extrem viele Quellen. Müsst ganz, ganz viel durch Quellen durchlesen. Und ich habe mich dazu entschieden, eine quantitative Arbeit zu machen, also einen Fragebogen erheben. Ich kann euch da dann auch ein bisschen was darüber erzählen. Aber das könnt ihr euch schon ein bisschen überlegen bei der Wahl des Themas. Was könnte Sinn machen? Würde es irgendwie interessant sein, mega viele Leute zu befragen zu einer Meinung? Oder wäre es interessanter, nur ein paar Leute zu befragen, aber dafür intensiver nachfragen zu können? Das macht natürlich auch Sinn. Und was auch sehr wichtig ist, dass ihr das mit eurem Betreuer vielleicht bespricht. Was denkt euer Betreuer, eure Betreuerin? Was wäre ein interessantes Thema? Und ein Pro-Tipp von mir. Lest vielleicht die Publikationen von eurer Betreuerin oder von eurem Betreuer durch. Dann seht ihr so ein bisschen, okay, was interessiert deinen Betreuer, deiner Betreuerin? Oder auch, wie schreibt die Person? Das ist auch ein guter Tipp, weil schlussendlich gibt ja diese Person dann dir die Note. Und das ist auf jeden Fall schlau, wenn du so ein bisschen analysierst, wie hat diese Person quasi das Ganze angegangen? Wie ist diese Person das Ganze angegangen? Und was waren deren Präferenzen? Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dir Zeit nimmst dafür. Also, dass man das jetzt nicht so, okay, mich interessiert jetzt zum Beispiel Skifahren und dann schreibst du dir einfach irgendwie eine Forschungsfrage auf, aber recherchierst nicht. Weil, ich sag's euch, nehmt euch am Anfang mehr Zeit für die Themenfindung und habt dafür wirklich ein Thema, mit dem ihr gut arbeiten könnt, wo es genug Literatur gibt, als dass ihr irgendwie schnell, schnell einfach ein Thema findet und dann im Endeffekt merkt so, oh nein, es gibt einfach viel zu wenig Literatur und dann hängt ihr so ein bisschen in der Luft. Das ist total blöd, finde ich. Deswegen nehmt euch am Anfang ein bisschen Zeit und seid offen für Veränderungen. Also, es kann immer mal wieder sein, dass euer Betreuer sagt, okay, nein, ändere das ein bisschen ab, ändere das ein bisschen ab. Aber jetzt kommen wir zur Forschungsfrage. Eure Forschungsfrage muss präzise gestellt sein. Also, die darf jetzt nicht komplett offen gestellt sein. Die sollte schon echt eine präzise Fragestellung sein. Dann sollte sie nicht zu weitläufig sein. Also, grenzt dies so gut es geht ein. Meine Forschungsfrage, also ich hatte zwei Forschungsfragen. Ich hatte einmal, inwieweit beeinflusst New Work die Arbeitsproduktivität und Arbeitszufriedenheit der deutschsprachigen Bevölkerung? Ich habe das einmal eingegrenzt, dass es eben die deutschsprachige Bevölkerung war und ich habe wirklich eine präzise Fragestellung. Inwieweit beeinflusst New Work die Arbeitsproduktivität und Zufriedenheit? Also, das ist schon sehr, sehr eingegrenzt. Und das ist super, weil dann verrennt ihr euch nicht in eurer Arbeit und habt wirklich so einen Leitfaden. Und meine zweite Forschungsfrage war, inwieweit hat die Covid-19-Pandemie die Beschleunigung von New Work-Praktiken beeinflusst? Irgendwie so. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Aber das war auf jeden Fall meine zweite Forschungsfrage. Also, ihr könnt, so ein paar Tipps von mir, ihr könnt eure Forschungsfrage gut örtlich und zeitlich eingrenzen. Also, zum Beispiel, wenn ihr schreibt im deutschsprachigen Raum oder ihr schreibt vor dem 20. Jahrhundert, nach dem 20. Jahrhundert oder ihr schreibt eine genaue Jahreszahl. Je nachdem, also dann habt ihr schon wirklich eine gute Eingrenzung. Natürlich darf man das auch nicht zu sehr eingrenzen. Also, man muss schon genug Stoff haben zum Schreiben. Aber, genau, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also, nicht zu weit hergeholt, aber auch nicht zu wenig. Man sollte natürlich auch Ja-Nein-Fragen vermeiden. Ich glaube, das ist aber auch irgendwie logisch. Also, dass man eine Forschungsfrage nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Sondern, dass es wirklich eine Forschung ist. Und da ist auch immer das Inwieweit beeinflusst ganz gut. Also, dass man wirklich schaut, wie wird das beeinflusst oder was hat das für einen Einfluss auf das. Das ist immer eine gute Forschungsfrage. Was bei einer wissenschaftlichen Arbeit auch sein sollte, ist, dass ihr so ein bisschen eine Forschungslücke herausfindet. Also, ihr müsst auf jeden Fall die Literatur ein bisschen durchforsten und schauen, was gibt es alles schon zu dem Thema für Forschungen. Was sind alles schon für Studien durchgeführt worden. Und aus dieser Forschungslücke, die ihr herausfindet, kreiert ihr dann eine eigene Forschungsfrage. Bei mir war es so, damit ihr so ein kleines Beispiel bekommt, dass es eine Forschung genau zu dem Thema schon gab, aber in den Niederlanden. Da war die Frage, wie inwieweit eben New Work das Arbeitsengagement beeinflusst hat. Da wurde auch ein Fragebogen durchgeführt. Und im ersten Moment war ich dann so geschockt, weil ich war so, oh nein, das war ja eigentlich genau mein Thema. Jetzt habe ich keine Forschungslücke. Aber das ist eigentlich perfekt, wenn ihr schon so eine ähnliche Studie findet, die jetzt zum Beispiel in einem anderen Land war. Und deswegen habe ich dann genommen im deutschsprachigen Raum, weil ich dann die deutschsprachigen Länder heranziehen kann. Und es ist dann komplett egal, wenn es in anderen Ländern diese Studie schon gibt. Aber ich habe das dann quasi im deutschsprachigen Raum geforscht. Und das war auf jeden Fall total cool, weil ich konnte dann von der einen Studie total viel Wissen mitnehmen oder so ein bisschen mir abschauen. Okay, wie haben die das gemacht? Welche Fragen haben die da erstellt beim Fragebogen? Und das ist auch ganz cool, wenn man dann schon mal so ein bisschen eine Vorlage hat, sage ich mal. Also das war ganz cool. Genau, ihr könnt natürlich das auch so machen, dass ihr durch andere Bachelorarbeiten durchliest. Meistens sind die auf Internetseiten oder gebt mal im Internet einfach Bachelorarbeit ein. Da kommen dann ganz viele Bachelorarbeiten. Vielleicht hat auch eure Uni-Seite die Bachelorarbeiten lagern irgendwo in einem Online-Register oder so. Und schaut mal, was die für Forschungsfragen so gestellt haben. Vielleicht findet ihr da so ein bisschen Inspiration dabei. Genau, das war jetzt mal das Video zu dem ersten Thema, also so die ersten Steps. Was macht man überhaupt und wie findet man so in den Prozess rein? Ich habe einen eigenen Online-Shop, bei dem ich Pläne verkaufe für die Uni. Also so wirklich Study-Pläne, alles digital für das iPad. Und ich habe jetzt auch für die Bachelorarbeit Zeitpläne erstellt, wo ihr das Ganze ausfüllen könnt. Und einfach so ein paar hilfreiche PDF-Dokumente, die ihr entweder ausdrucken könnt oder aber auch auf dem iPad verwenden könnt. Ich packe euch das unten in die Infobox rein, falls ihr da Interesse habt. Genau, ich habe da einfach so ein bisschen geschaut, was hat mir gut geholfen. Und vielleicht könnt ihr damit auch sehr gut eure Bachelorarbeit planen. Dann drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass ihr einen guten Start habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Das nächste Video kommt ganz bald. Ich wollte die Videos so eng wie möglich beieinander haben, damit ihr einfach schnell viel Wissen bekommt über das Thema.